Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Herzlich willkommen zum Monatsoroskop Liebe und Leben im April mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Im April stehen die Liebessterne wirklich grandios für euch. Die beiden Liebesplaneten Venus und Mars befinden sich über weite Strecken in Harmonie zu eurer Sonne und versorgen euch mit Frühlingsgefühlen, liebevoller Zuwendung und schöpferischen Kräften. Romantikplaneten Neptun zusammen mit dem rückläufigen Merkur kann allerdings auch diesen Monat wieder für Liebesillusionen und Verwirrung bei euch sorgen. Falls ihr davon betroffen seid, könnt ihr euch gerne für eine Beratung an mich wenden. Ihr findet mich über meine Homepage oder ruft einfach auf meinem Kundentelefon an. Beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. In meiner Verlosung gibt es diesmal eines meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen, so wie ich es hier trage, aber dann eben mit eurem Zeichen Jungfrau drauf. Und wie ihr daran teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran! Alles über eure langfristigen Tendenzen habe ich euch ja schon im Jahresoskop verraten. Da könnt ihr den Erlebnishintergrund in Teil 1 nochmal anschauen oder ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Wir haben diesen Monat ein kosmisches Großereignis, denn Chiron, der Heilerplanet, wechselt ins Zeichen Widder. Das werdet ihr auf die Dauer spüren, denn ihr hattet den Chiron in den letzten sieben Jahren in den Fischen genau im Partnerhaus und damit frontal gegenüber eurer Sonne stehen, was viele Herausforderungen für euch mit sich brachte. Zum Beispiel, indem ihr euch aufopferungsvoll um Partner oder Freunde gekümmert habt, die krank waren. Eure Beziehungen haben viele Lernaufgaben für euch mitgebracht und das war nicht immer einfach. Diese Zeit geht jetzt zu Ende und ihr habt bestimmt viel Weisheit und Toleranz dabei entwickelt. In der modernen Astrologie wird Chiron als Herrscher des Zeichens Jungfrau gesehen, denn in der Mythologie war er ein weiser Heiler, der die griechischen Götter und Helden ausgebildet und als Arzt betreut hat. Nur seine eigene Wunde konnte er nicht heilen. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Jedenfalls steht er für das unermüdliche Bemühen, Krankheiten und auch psychologische Probleme zu heilen und für die schmerzliche Erkenntnis, dass wir trotzdem mit unseren eigenen Fehlern und Schwächen zurechtkommen müssen. Und das sind ja die absoluten Jungfrauthemen. Die Jungfrau strebt ständig nach Perfektion und muss doch einsehen, dass sie auch nur ein Mensch ist. Auf diesem Weg seid ihr jetzt bestimmt ein gutes Stück vorangekommen und könnt eure gewonnenen Erkenntnisse in Zukunft umsetzen, besonders wenn ihr selbst in einem helfenden oder heilenden Beruf unterwegs seid. Chiron ist wirklich sehr wichtig für euch und wenn ihr ihn noch nicht kennt, schaut euch dazu bitte auch unbedingt mein Special an. Entdecke deinen inneren Heiler. Davon abgesehen hat sich bei den langfristigen Tendenzen nicht viel geändert. Nur diese Planeten haben sich etwas weiter bewegt. Jupiter ist jetzt rückläufig und bestrahlt nun wieder die Geburtstagskinder vom 12. bis 17. September günstig und den Kreativaspekt von Lilith empfangen in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder vom 7. bis 14. September. Neptun hat sich nur ein Grad weiter bewegt und bestrahlt jetzt die Geburtstagskinder vom 6. bis 10. September mit seiner romantischen und idealisierenden Energie. Jetzt wollen wir in die aktuellen Konstellationen schauen. Der Monat beginnt mit Sonne, Merkur und Uranus im Widder, wobei der Merkur eben noch bis Mitte des Monats rückläufig ist und das spürt ihr wahrscheinlich deutlich. Da kann es zu Missverständnissen mit eurem Schatz kommen, besonders wenn ihr neue Sachen plant. Eventuell auch wenn es sich um finanzielle Projekte handelt. Verliert nicht die Geduld. Es kann sein, dass sich Pläne nochmals ändern oder dass euch noch wichtige Informationen fehlen. Ab Mitte des Monats seht ihr dann wieder klarer. Jetzt aber zu den guten Nachrichten. Die Venus steht im Stier und der Mars steht im Steinbock und beide bilden damit super günstige Aspekte für euch. Vom 5. bis zum 18. April ist eine besonders schöne Phase. Das zeige ich euch hier mal. Da laufen nämlich Venus und Mars über längere Zeit in Harmonie miteinander und das alles gleichzeitig auch in Harmonie zur Jungfrausonne. Da müsstet ihr euch eigentlich wie Wonder Woman oder Superman fühlen. Venus und Mars sind nicht nur gut für das Beziehungsleben und die Erotik, sondern sie steigern auch die schöpferischen Kräfte und nicht zuletzt auch die körperliche Power. Und weil ihr sowieso einen tollen Aspekt zu manifestieren habt, kann euch diese Phase auch beflügeln, besonders kreativ zu sein und euren Zielen näher zu kommen. Am 15. April wird dann der Merkur wieder direktläufig, gefolgt von dem Neumond. Am 16. April und am 17. geht dann Chiron ins Zeichen Widder. Das sind alles ganz starke Kräfte der Transformation und der Erneuerung und der Heilung. Ich habe das ja eingangs schon beschrieben, dass das für euch eine sehr wichtige und interessante Konstellation ist. Falls ihr wissen möchtet, wo Chiron, der neue Herrscher der Jungfrau, sich in eurem individuellen Horoskop jetzt befindet und was er in den nächsten Jahren für Aspekte bilden wird, würde sich eine Beratung bestimmt sehr lohnen. Der Neumond eignet sich um bei allen Themen rund um eure Gesundheit und eure Bemühungen, anderen zu helfen oder zu heilen, um neue Impulse und Eingebungen zu bitten. Auch wenn es darum geht, dass ihr selbst ein altes Muster überwinden wollt oder alte Ängste loslassen wollt, können euch jetzt ganz neue Ansätze offenbart werden. Die Energie hilft euch, gewohnte Denkmuster zu verlassen und offen für neue Gedanken zu sein. Wenn ihr tatsächlich in einem heilenden Beruf tätig seid, ist es auch eine tolle Energie, um sich mit neuen außergewöhnlichen Heilmethoden zu befassen und Inspirationen dazu zu empfangen. Schreibt euch eure Eingebung auf, denn ihr habt ja große Kräfte zu manifestieren. Vielleicht könnt ihr von euren Ideen direkt etwas umsetzen. Am 20. April morgens um 5.12 Uhr geht dann die Sonne ins Zeichen Stier und aktiviert damit für die kommenden vier Wochen euer neuntes Haus der Philosophie und der Horizonterweiterung, wo auch schon die Venus steht. In dieser Zeit würde eine Reise oder ein schönes Seminar unter sehr guten Sternen stehen. Und in diesen Tagen löst dann der Glücksplanet Jupiter die Venus dabei ab, günstige Aspekte für euch zu bilden. Beide Gestirne, Sonne und Jupiter, sorgen dafür, dass euch die Inspiration und die Kraft zu manifestieren nicht ausgehen. Und das bis weit in den Mai hinein. Am 24. verlässt dann die Venus das Zeichen Stier und geht in die Zwillinge. Und sie steht dann bis zum 19. Mai ein bisschen quer zu euch. Und das kann dazu führen, dass ihr vielleicht privat in der Liebe nicht so ganz zufrieden seid oder dass ihr euch mehr Aufmerksamkeit wünscht. Aber beruflich ist es sehr gut für euch, denn ihr könnt euch ins beste Licht rücken, wenn ihr eure Anliegen repräsentieren wollt und ihr seid beliebt. Der April klingt dann mit einem langen, schönen Wochenende aus, zumindest wenn ihr euch den Montag als Brückentag frei nehmen könnt. Denn da ist Tanz in den Mai und am nächsten Tag haben wir einen Feiertag. Diese Phase wird dominiert von dem sinnlichsten Vollmond des Jahres in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 30. Und er findet statt auf der Achse Stier und Skorpion und damit harmonisch zur Jungfrausonne. Ihr habt die freie Wahl, ob ihr diese Tage mit Lust, Liebe und Feiern verbringen wollt oder ob ihr kreativ manifestieren wollt. Und wenn ihr alleinstehend seid, ist das auch eine tolle Zeit, um euch zu verlieben. Das waren eure Konstellationen im April. Falls ihr mehr über eure finanziellen und gesundheitlichen Aussichten wissen wollt, solltet ihr eine Beratung bei mir buchen. Denn diese Themen, die sind so persönlich, die deute ich lieber, wenn ich das individuelle Geburtshoroskop vor mir habe. Die Infos dazu habe ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 6. April um 17 Uhr. Da könnt ihr mir wieder eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Und danach gibt es wieder einen Termin am 11. Mai um 17 Uhr. Falls ihr den Workshop Saturn-Probleme heilen verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen. Dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Sternzeichen Colliers, wie dieses hier, passend zu eurem Zeichen, zu gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Mai bekannt. Falls ihr so lange nicht warten wollt, könnt ihr euer persönliches Collier natürlich auch direkt im Shop bestellen. Es kostet 59,90 und ihr findet den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Keine Sorge, das kostet gar nichts. Aber ihr werdet dann immer automatisch von YouTube benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch bitte unbedingt auch mein Special über Chiron an. Entdecke deinen inneren Heiler. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.